Erinnert ihr euch an den Moorkönig? Schnell, er kommt gleich zurück! Helena! Nein! Warte! Ich bin seine Tochter. Der sogenannte Moorkönig wurde vor 20 Jahren verhaftet, nachdem der Frau, die er entführt hatte, mit der gemeinsamen Tochter die Flucht gelungen war. Er ist entkommen und wahrscheinlich auf der Suche nach uns. Ich muss dir was zeigen. Wie ist das hierher gekommen? Weiß nicht. Oh Gott. Ist er hier? Du musst immer deine Familie beschützen. Wir sind hier vor ihm sicher. Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Jetzt bring die Jagd zu Ende. Ich fand mich viel水 ihr Avec. Ich habe mein ganzes Leben auf dich. Immer auf die Haushalten для communal Beyopardionen. Wenn du das zusammen glaubst dich pais heißt. Schüsse dir, Bright. Du ru kas swords sehr, ich hör mir. Du bist seit 100 Jahren. Ich habe die Emp Direkt. ¡No stimmt.